Hey Leute, ich bin Nikit Rakos von die Urbane, eine Hip-Hop-Partei und wir möchten heute gedenken, einen Monat nach dem Attentat in Hanau, da wir sind ums Leben gekommen, Ferhat Unvar, Fatih Saracoglu, Hamza Kurtovich, Gökhan Gültekin, Kaloyan Velkov, Mercedes Kirpacz, Said Nezar Hashemi, Sedat Gürbüz und Vili Viorel Paun. Neun junge Menschen, neun junge Menschen of color, die aus dem Leben gerissen worden sind in einen terroristischen Attentat und es war ein rassistisches Attentat begangen von einem weißen Mann, einem weißen Deutschen, wobei die Herkunft natürlich gar nicht relevant ist, sondern eigentlich wirklich relevant ist, dass es ein weißer Mann war, der motiviert war von weißen Überlegenheitsfantasien und rassistischen Narrativen und Denkmustern. Und wir möchten heute, am 21. März, am Internationalen Tag gegen Rassismus, wieder an die Opfer erinnern. Das ist jetzt ein Monat her und auch Gedenken aller Opfer von Rassismus und rassistischer Gewalt. Und der Internationale Tag gegen Rassismus ist ein Tag und natürlich kann es nicht bei einem Tag bleiben. Wir können nicht nur an einem Tag gedenken, sondern der Kampf gegen Rassismus muss ein täglicher Kampf sein und der muss in der Gesellschaft stattfinden, aber auch in uns selbst müssen wir rassistische Denkmuster und Einstellungen aufspüren, anerkennen und dagegen vorgehen und versuchen, die zu entlernen. Und wir müssen auch Instrumente etablieren, Methoden anwenden, um dieses Entlernen auch allgemein in der Gesellschaft möglich zu machen. Und Rassismus in der Gesellschaft drückt sich natürlich nicht nur in feindlichen Einstellungen aus, sondern auch in Strukturen, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt, in den Bildungsinstitutionen, in der Polizei, in den Parlamenten, in der Justiz. Es gibt viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, wo Rassismus funktioniert ohne rassistische Absicht, ohne dass Menschen absichtlich rassistisch handeln, einfach weil weiße Privilegien so etabliert sind und nicht hinterfragt werden. Und oft auch noch gar nicht erkannt werden, weil die Debatte über Rassismus in Deutschland wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Allein was die Definition betrifft, da müssen wir noch ganz viel drüber reden, damit Rassismus überhaupt als solcher erkannt werden kann. Und selbst da können wir nicht aufhören, weil Rassismus auch nicht nur innerhalb von Gesellschaften wirkt, sondern auch zwischen Gesellschaften bzw. global. Und weil Rassismus ein Phänomen ist, das unseren Globus strukturiert und Hierarchien herstellt zwischen Ländern, zwischen Kontinenten, entlang kolonialer, alter kolonialer Grenzen oder Verhältnisse. Und die sind immer noch am Platz. Es wirkt immer noch eine massive Dominanz, massive Einflussnahme, massive Ausbeutungsverhältnisse. Das sind koloniale Verhältnisse nach wie vor. Und das historische Vorteil, dass Europa, EuropäerInnen, weiße Mehrheitsgesellschaften sich verschafft haben, durch Versklavung und Kolonialismus, dass die wirken weiter und weiterhin wird profitiert davon. Weiße Mehrheitsgesellschaften profitieren nach wie vor davon. Und das hinzunehmen und das in Kauf zu nehmen und das zu akzeptieren, dass wir weiterhin davon profitieren, auch das ist rassistisch. Und insofern ist die Frage, wie können wir dagegen vorgehen. Und dazu gehören auch komplexe Sachen wie Reparation. Reparationen zu verhandeln, Handelspolitiken zu etablieren, diejenigen zu ändern, so wie sie jetzt bestehen und auch welche zu etablieren, sodass Rohstoffpreise und Löhne in dem Bereich Lebensstandards und Lebensqualität für alle gleich sichern, überall. Und ja, aktuell ist es so, wenn man mal ein paar Zahlen dazu hören möchte, es sterben vier Millionen Kinder jährlich unnötig an vermeidbaren Ursachen in zum Beispiel afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Dort ist auch die Lebenserwartung durchschnittlich maximal 60 Jahre. Im Vergleich dazu in weißen Mehrheitsgesellschaften beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung 79 Jahre, in den meisten Ländern sogar über 80. Und Kinderarbeit ist eine Folge davon, von kolonialen Kontinuitäten, in Müttersterblichkeit, jede 37. Mutter stirbt unter der Geburt oder in der Schwangerschaft. Wiederum in Ländern südlich der Sahara, in weißen Mehrheitsgesellschaften ist das jede 6.500. Und das heißt, da ist ganz viel möglich zu verändern. Und auch tödliche Grenzregime sind die Inkaufnahme von tödlichen Grenzregimen, der Festung Europa, dass Menschen in Lagern feststecken und nicht weiterreisen dürfen, auf den griechischen Inseln, in Lagern in Libyen, dort Gewalterfahrungen machen, dort gequält werden und dort auch der massiven Ausbreitung von Krankheiten ausgesetzt sind, so wie jetzt gerade ganz aktuell der Ausbreitung des Coronavirus. Das sind alles Maßnahmen, die wir ergreifen müssen dagegen. Und langfristig müssen wir natürlich auch die Geschichte von Versklavung und Kolonialisierung aufarbeiten in den weißen Mehrheitsgesellschaften und gucken, was macht das mit uns, was ist unsere Rolle darin gewesen und wie profitieren wir nach wie vor davon, und da endlich Verantwortung zu übernehmen für die Schieflagen, die dadurch entstanden sind und die immer noch wirken. Akut fordern wir die Evakuierung von den Lagern und Unterkünften auf den griechischen Inseln, in Libyen und an den Außengrenzen von Europa, wo Menschen im Moment feststecken, auf sehr engem Raum zusammen sind und gerade auch jetzt im Angesicht der Ausbreitung des Coronavirus extrem gefährdet sind. Evakuieren unbedingt, unabhängig von europäischen Lösungen, auf die immer gewartet wird, das ist nicht vertretbar, sondern das muss jetzt sofort passieren. Und wer, wenn nicht Deutschland innerhalb von Europa, könnte sich das leisten, auch jetzt. Familienzusammenführungen müssen sofort möglich gemacht werden, viel schneller und unbürokratischer. Es kann nicht sein, dass gerade in so einer Zeit wie jetzt Familien voneinander getrennt sind, Mütter nicht wissen, wie es ihren Kindern geht, Väter nicht wissen, wie es ihren Familien geht woanders und sie womöglich Gefahren ausgesetzt sind, ohne beieinander sein zu können. Das muss ganz schnell behoben werden, dieser Zustand. Und auch in Deutschland, in den Unterkünften, erreichen uns Nachrichten über ganz furchtbare Zustände. Das Social Distancing dort funktioniert aktuell überhaupt nicht und wird auch gar nicht ermöglicht. Im Gegenteil, da werden Leute wirklich einfach zusammengesperrt teilweise, aufgrund von Verdachtsmomenten in separaten Zimmern untergebracht, miteinander, ohne Versorgung, ohne ordentliche Möglichkeit zu putzen, zu waschen und so weiter. Es gibt da wirklich schlechte Nachrichten und schlimme Zustände, die dürfen auf gar keinen Fall so weitergehen. Da müssen wir Aufmerksamkeit für erzeugen. Bitte bleiben wir auch da solidarisch und achten nicht nur auf uns selbst jetzt, sondern nehmen wir alle mit, die davon betroffen sind. So, und dass radikale Maßnahmen möglich sind, das sehen wir jetzt gerade, angesichts der Ausbreitung des Coronavirus. Radikale Maßnahmen, um jeden Todesfall zu verhindern, der unnötig ist. Und das ist auch gut so und richtig so und da gibt es überhaupt nichts dran zu kritisieren. Aber wir lernen natürlich auch etwas daraus und das ist, dass wir mit genau der gleichen Radikalität und der gleichen Vehemenz Maßnahmen ergreifen müssen, um jeden unnötigen Tod zu verhindern, der durch Rassismus passiert und rassistische Gewalt. Und dass das möglich ist, dass das möglich sein kann, das erleben wir gerade. Das ist vielleicht eine positive Botschaft, die wir daraus ziehen können. Und daraus entsteht auch eine Verantwortung der Autoritäten, sage ich jetzt mal, im Nachhinein genau diese gleiche Vehemenz und mit der gleichen Entschlossenheit vorzugehen gegen Rassismus. Denn eins steht fest, Rassismus tötet und Rassismus tötet weltweit Abermillionen Menschen jährlich, unnötig und das seit Jahrhunderten. Und heute am 21. März, am internationalen Tag gegen Rassismus, möchten wir außerdem euch alle einladen, ein Zeichen zu setzen. Jetzt können wir nicht auf die Straße gehen. Normalerweise würden wir heute demonstrieren gegen Rassismus und der Opfer lautstark gedenken. Stattdessen können wir digital posten, darauf aufmerksam machen, dazu sprechen, uns dazu verbinden und darüber informieren gegenseitig. Und vielleicht können wir aber auch unsere Fenster und Balkone nutzen und ein Plakat raushängen, ein Laken mit einer Botschaft gegen Rassismus, um wenigstens in unserer Nachbarschaft sichtbar zu sein und Rassismus sichtbar zu machen als Problem, gegen das wir genauso entschlossen kämpfen sollten. Und ja, ich wünsche euch allen und uns allen, dass wir ganz viel Kraft haben für die Zeit jetzt und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Alle niemanden vergessen, nirgendwo und gesund bleiben vor allen Dingen. Ja, und wir sehen uns wieder auf der Straße, wenn das vorbei ist. Peace out. Peace out. Untertitelung des ZDF, 2020